Heute begann um 11 Uhr unsere Arbeit auf dem Feuerwerk in Paulinschen-Wäldchen. Das Paulinschen-Wäldchen liegt direkt am Aachener Stadion. Hier spielt die Alamania aus Aachen. Leider bereits nicht mehr in der zweiten Liga. Hier sehen Sie unsere besten Freunde. Es wurden viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt. Die Gartengruppe jätete Unmengen an Unkraut. Die Holzgruppe reparierte eine Kutsche und baute eine Holzbank. Sie bereiteten ein Fundament für eine Außentonette. Miri schuftete ganz allein und brachte viele Steinklatten heran. Für die Verpflegung sorgte die Küchengruppe. Insgesamt wurde viel gearbeitet und geschaffen. Nun zum Wetter. Das Wetter war wechselhaft mit leicht ziehendem Wind. Einige Regenschauern gingen wieder. Verhersage für morgen, morgen gibt es Pizza.